Subjekt, Prädikat und Objekt sind Satzbausteine, die sicher viele von euch schon kennen. Aber was sind eigentlich Adverbiale und was war nochmal der Unterschied zu Adverbien? Das erfahrt ihr im heutigen Video. Los geht's! Adverbiale sind Satzbausteine, die einen Satz näher bestimmen. Man nennt sie deshalb auch Umstandsbestimmungen. Oft sind es Adverbiale des Ortes oder der Zeit. Ein Beispiel für ein Adverbial des Ortes ist, dort drüben liegt mein Rucksack. Dort drüben ist hier ein Lokaladverbial. Man fragt danach mit wo. Und in, ich habe nachmittags Fußballtraining, ist nachmittags ein Adverbial der Zeit, denn es bestimmt näher, wann das Training stattfindet und antwortet damit auf die Frage wann. Adverbiale müssen aber nicht immer Orts- oder Zeitangaben sein. Grob gesagt sind es dann Satzbausteine, die auf die Frage wie, auf welche Art und Weise oder auch wozu, warum, womit antworten. Schauen wir uns zwei Beispiele an. Er ist schnell vorangekommen. Er ist das Subjekt, ist vorangekommen das Prädikat, also bleibt uns noch schnell als Adverbial. Denn auf die Frage, wie ist er vorangekommen, die er nach einem Adverbial fragt, wäre die Antwort schnell. Gucken wir uns mal den Satz, mit seinen Fähigkeiten hat er die Prüfung locker gemeistert an. Die passende Frage wäre hier, womit hat er die Prüfung gemeistert? Mit seinen Fähigkeiten. Mit seinen Fähigkeiten ist also ein Adverbial. Vielleicht ist euch im zweiten Beispiel schon aufgefallen, dass ein Adverbial nicht unbedingt nur ein Wort sein muss. Es kann auch eine Wortgruppe sein, wie eben zum Beispiel mit seinen Fähigkeiten. Das ist der Unterschied zu Adverbien. Adverbien sind eine Wortart. Es geht also immer um ein Wort, welches ein Adverb ist. Adverbien sind wichtig, wenn du Wortarten bestimmen willst. Dazu gehören auch Substantive, Verben, Konjunktionen und so weiter. Adverbiale hingegen sind Satzbausteine. Sie können zwar aus Adverbien bestehen, aber eben auch aus mehreren Wörtern. Adverbiale sind wichtig, wenn wir Satzbausteine betrachten. Andere mögliche Satzbausteine sind Subjekt, Prädikat oder auch Objekte. Diese beiden Wörter solltest du also nicht verwechseln, auch wenn sie ziemlich ähnlich klingen. Wo wir gerade bei Objekten sind, ein Satzbaustein, mit dem du Adverbiale nicht verwechseln solltest, sind Präpositionalobjekte. Schauen wir uns zwei Beispielsätze an. Auf wundersame Art und Weise hat er es geschafft. Der Schüler hat auf seinen Lehrer gewartet. Im ersten Satz leitet die Präposition auf ein Adverbial ein, nämlich auf wundersame Art und Weise. Die Frage wäre hier, wie hat er es geschafft? Auf wundersame Art und Weise. Im zweiten Satz hingegen gibt es kein Adverbial. Auf seinen Lehrer ist ein Präpositionalobjekt. Das ist ein Objekt, was durch eine Präposition eingeleitet wird. Die typischen Fragen nach einem Objekt kennst du ja vielleicht noch. Bei Präpositionalobjekten setzt du immer noch die entsprechende Präposition davor. Also hier, auf wen oder was hat er gewartet? Auf seinen Lehrer. Der entscheidende Unterschied zum Adverbial, was ja auch durch eine Präposition eingeleitet wird, ist, dass beim Präpositionalobjekt die Präposition ganz eng mit dem Verb verbunden ist. Mit vielen Verben verwendet man eine bestimmte Präposition. Zum Beispiel streiten mit. Hier ist mit die Präposition. Oder eben warten auf. Im ersten Beispielsatz sehen wir, dass so eine Kombination nicht existiert. Auf ist nicht mit dem Verb geschafft verbunden, sondern es steht selbstständig. Daran erkennen wir, dass es ein Adverbial ist und kein Präpositionalobjekt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Rückmeldung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.